Meistens war das so, wenn wir uns in diesen Bereichen befinden, wo wir jetzt sind, haben wir in diesen Bereichen schon den Tiefpunkt gehabt. Was genau meine ich damit? Ich gehe mal wieder hier auf diesen Chart und gehe mal auf den Wochenchart. Und dann zeige ich dir das, was ich euch schon eigentlich öfter gezeigt habe. Wenn wir uns in den Bodenbildungsbereichen befunden haben, waren wir immer zwischen den Halvings bei einem bestimmten Fibonacci-Bereich. Und wenn ich die Gunbox nutze, dann erkennen wir das. Wir waren hier, wenn wir den Bodenbildungsbereich hatten, waren wir im Bereich des Golden Ratios. Und das ist ziemlich interessant. Das heißt, auf dem Weg von einem Halving zum anderen Halving, waren wir im Bereich des goldenen Schnitts. Immer in dem Bereich, wo wir den Tiefpunkt gebildet haben. Das war jetzt beim 2015er Tiefpunkt so. Bei dem Halving, wo wir den 2017er Buran mit dem 2018er, 2019er Boden hatten, wenn ich den hier ziehe, sehen wir genau das Gleiche. Hier war der Tiefpunkt erreicht auf dem Weg von dem einen Halving zum anderen Halving bei 61,8% bei dem Golden Ratio. Also auf dem Weg von einem Halving zum anderen Halving bei 61,8% des Wegs, also beim goldenen Schnitt, haben wir den Tiefpunkt erreicht und sind danach hochgeschossen. Was haben wir jetzt gemacht? In welcher Phase befinden wir uns? Von dem Halving, was wir hier hatten, bis zum nächsten Halving, wenn wir uns das angucken. Schaut mal, hier ist der Golden Ratio und genau um den Golden Ratio herum haben wir den Tiefpunkt erreicht. Worauf wartest du jetzt? Du wartest jetzt darauf, dass wir sowas ähnliches hier erleben. Dass wir hier einen Tiefpunkt gebildet haben, einen Backtest des Tiefpunkt sehen und dann steil gehen. Was haben wir hier gemacht? Du erwartest, dass wir hier einen Tiefpunkt bilden, einen Backtest des Tiefpunkt, wo wir aber letztendlich auch, wie wir es hier getan haben, auch hier 2019, 2020, den Tiefpunkt nicht ganz erreicht haben, aber einen Backtest letztendlich erlebt haben und hier dann den Buran gesehen haben. So, was erwartest du jetzt? Jetzt erwartest du, dass das Gleiche passiert. Aber du gehst diesmal davon aus, dass wir laut historischen Daten auf dem Weg zwischen den beiden Halvings, alle drei Male jetzt, immer beim goldenen Schnitt den Tiefpunkt gebildet haben. Es spricht vieles dafür, dass das jetzt der Tiefpunkt war. Du gehst jetzt aber davon aus, dass du sagst, diesmal ist es anders. Auf dem Weg zum Halving wird es hier irgendwann nach dem goldenen Schnitt zu einer Korrektur kommen, wo wir hier drunter fallen werden und hier dann irgendwo anders den Tiefpunkt bilden werden. Bin ich nicht der Meinung, kann ich aber mich hinsetzen und zu sagen, zu 100% sage ich dir, du liegst falsch. Nein, das kann ich auch nicht machen. Warum kann ich das nicht machen? Weil die Chartanalyse und weil die Charts uns bestimmte Informationen geben. Wir können niemals mit einer Gewissheit hier rangehen oder mit einer 100%igen Genauigkeit hier rangehen und sagen, pass mal auf, die Charts zeigen es so, unmöglich, was du da redest. Das wäre schwachsinnig. Das wäre töricht und das wäre ein Anfängerverhalten. Was wir aber machen können ist, dass wir nach Wahrscheinlichkeiten gehen. Wir können den Markt niemals predikten, aber wir können durch Chartanalysen, durch Mathematik schauen, was wahrscheinlich ist. Und die Wahrscheinlichkeit spricht hier eindeutig dafür, dass wir den Tiefpunkt höchstwahrscheinlich schon erreicht haben. Dass da ein Backtest kommen kann in diese Bereiche, das sagen uns die Charts aber auch. Sie sagen uns aber nicht, dass es noch ein tieferer Bereich kommen wird. Das bedeutet jetzt, ich wiederhole nicht, dass das nicht möglich ist. Es kann passieren. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber nicht sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass wir einen Backtest erleben, aber dass sie den aktuellen Tiefpunkt beim goldenen Schnitt zwischen den beiden Halvings nicht unterbieten wird. Das ist das, was ich dir sagen kann, was die Charts mir verraten. Wie es dann kommt, das weiß ich nicht. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.